Lorenzo Stovini ist ein italienischer Fußballspieler auf der Position des Innenverteidigers. Karriere Ausgebildet in der Fußballjugend vom Ass Rom, wechselt Stovini im Alter von 20 Jahren zu Vicenza Calzico, mit dem er in der Saison 1997 98. sein Debüt in der Serie A gab. Nach zwei Jahren und 48 Ligaspielen mit dem Trikot der venezianischen Mannschaft wurde er von Regina Calzico für die Saison 1999 00 verpflichtet. In den zwei Jahren, die er in Kalabrien spielte, konnte der Abwehrspieler 66 Spiele bestreiten und ein Tor erzielen. Im Jahr 2001 wechselte Lorenzo Stovini zu Urs Lecce in die Serie A. Mit der Mannschaft aus Apollin spielte er vier Meisterschaften und erzielte ein Tor. Er war von November 2005 bis 2006 Kapitän des Teams. Nach einer sehr positiven Saison 2004 05 kam er für eine Nominierung in die italienische Nationalmannschaft in Frage. Jedoch spielte er in der Saison 2005 06 nicht mit Kontinuität. Am Ende der Meisterschaft mit dem Abstieg von Lecce in die Serie B unterschrieb Stovini einen Drei-Jahres-Vertrag bei Calzico Catania, einem Neuaufsteiger in die Serie A. In den zwei Jahren bei Catania bestätigte Stovini ein guter Verteidiger zu sein. Mit 71 Spielen und drei Toren wurde er zu einem der besten Spieler im Verein. Denabjahres-Vertrag mit den Stavni-Förmünnern Ausgaccord mit den Stavni-Förmünnern Ausgleich Werto Ausgleich Wopolitern Ausgleich Wok